Hey, hey, life in the dream house, oh yeah, life in the dream house, life in the dream house. Aber natürlich, Herr Botschafter, ich tue selbstverständlich alles, was in meiner Macht steht, wenn es um die Völkerverständigung dieser beiden Länder geht. Mhm. Mhm. Oh, es tut mir leid, Herr Botschafter, ich muss jetzt leider auflegen, aber ich bin sicher, Sie beide kommen auch ganz gut ohne mich, klar. Was ist denn mit dir, Chelsea? Ich fühle mich nicht besonders. Mein Plastik ist ganz heiß, mein Bauch tut weh und ich habe so komische Punkte im Gesicht. Hast du es mal mit einem nassen Tuch versucht? Aha. Ich befürchte, du musst zum Arzt, Chelsea. Hm, ich sagte, ich glaube, du musst ganz dringend zu einem Arzt. Warst du nicht schon mal Ärztin? Genau. Uh, Torte. Verzeih, dass es so lange gedauert hat, aber Frau Doktor hat jetzt Zeit. Sitz hier ja auch schon ewig. Zuerst musst du aber all diese Formulare auffüllen. Und das hier, das hier, das hier und das hier. Erledigt. Hey, was machst du? Beschreib doch mal deine Symptome. Mir ist heiß, mir ist schwindelig und übel. Ich habe überall Punkte. Und jetzt tut auch noch mein Handgelenk weh. Was tust du da? Ich will nur helfen. Helfen ist genau mein Ding. Skipper beteiligt sich sonst nie bei sowas. Wir haben gerade kein Internet, also habe ich mir gedacht, ich könnte Stacy mal ein bisschen auf die Nerven gehen. Das ist nämlich genau mein Ding. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was mit dir los ist. Dann spring mal rauf auf den Tisch, Chelsea. Auf den Tisch? Wird erledigt. Wir werden als erstes mal deine Vitalwerte überprüfen. Hm, komisch, ich höre rein gar nichts. Perfekt. Was kommt als nächstes, Schwestern? Reflexe? Genau. Perfekte Reflexe. Jetzt werden wir gleich Gewissheit haben, was mit dir los ist. Lange Flanke auf rechts außen. Kenn ich schon. Aha. Chelsea, ich würde sagen, du hast ganz gemeine Plastikpocken. Wäre ich denn wieder gesund? Aber natürlich. Alles klar, 219 Milliliter Pinke Zilin. Schnell. Ah! Stacy, das ist doch die Spritze für Pferde. Ah! Skipper, das ist die Spritze für die Elefanten. So, die ist richtig. Barbie, ich hab Angst. Ist schon gut, Chelsea. Es tut nur eine winzige Sekunde weh. Aua. Hey, mir geht es schon viel besser, Leute. Dankeschön, Barbie. Was? Das glaub ich ja einfach nicht. Oh nein. Ich hab mich angesteckt. Wir haben Plastikpocken. Ich hol mal eben das Pinke Zilin. Es tut nur eine winzige Sekunde weh. Ah! Ein Freiluftbad macht echt Spaß. Also ein Freiluftbad würde ich das nicht gerade nennen. Ich hoffe nur, Stacy hat sich nicht verlaufen oder so. Und zum Schluss mit der Schraubenzange festzurren. Wo ist denn diese Zange? Oh, wieso muss ich immer was zu Hause vergessen? Ich mach grad meinen Campingführerschein. Auf drei wichtige Dinge kommt es an. Feuer machen, was Essbares finden und auf mich ganz allein gestellt eine Nacht im Zelt schlafen. Hoffentlich bricht es nicht zusammen. Hey, Stacy. Wir machen uns jetzt ne Manipedi im Wohnmobil. Bist du sicher, du willst nicht auch eine? Ich muss nun mal richtig campen, klar? Was denn, wir campen richtig? Wenn wir mit den Nägeln fertig sind, gucken wir uns auf dem großen Bildschirm ne Walddoku an. Also wenn es nach mir ginge, würde ich in ein Hotel gehen. Mit WLAN-Anschluss. Äh, wie soll ich ein Feuer machen mit Plastikstöcken? Ah. Oh, entschuldige bitte, Eichhörnchen. Au. Nüsse und Beeren zum Abendessen. Voll lecker. Was? Ich bin so hungrig und mir ist so kalt. Also Stacy, ich bin so stolz auf dich, dass du die Nacht in der Wildnis verbringst. Und das auch noch allein. Ist das ein Scherz? Hier draußen ist es doch wundervoll und so wahnsinnig gemütlich. Große Klasse, Stacy. Du bist ne echte Heldin, weißt du das? Und ich? Oh, ich glaub, jetzt geht das super leckere Nachtisch. Jupp. Nichts geht über ne Übernachtung unterm Sternenhimmel. Super, was für ne klare Nacht. Barbie, ich muss das alleine schaffen. Ich bin ein Grizzly-Pfadfinder. Ich möchte meinen Hilfmenschen in Notführerschein machen. Oder muss ich sie doch essen? Wo ist das Rührei mit Schinken? Stacy, du hast es geschafft. Dein Campingführerschein ist bestanden. Also, ich bin neugierig. Erzähl mal, wie hast du es geschafft, so ganz allein da draußen? Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich Hilfe von einem Bären. Ja, klar, ein Bär. Wartet, was ist das? Wer fährt denn das Wohnmobil? Sie muss ihren Führerschein noch machen. Ah! Mama! Ich hab Geburtstag! Ja, endlich, endlich! Darauf warte ich schon ein Jahr! Ich bin so super glücklich, ich könnte... Ganz wegen Glückwunsch, Chelsea. Kommst du runter frühstücken? Sie kommt. Sie ist dicht hinter mir. Los, alle auf ihre Plätze. Chelseys sechster Geburtstag muss super Oberhammer-Klasse werden. Stacy steht total auf Geburtstage. Ja, sie liegen ihr wirklich am Herzen. Ich würde sagen, manchmal übertreibt sie es ein bisschen. Ich mach das Essen. Barbie, du wirst Chelsea ablenken. Skipper, du, äh, musst hier alles dekorieren. Oh, kann Ken das nicht übernehmen. Ken ist doch in der Garage und baut Chelseys Geschenk zusammen. Es ist ein Fahrrad. Chelsea wünscht sich schon lange ein Fahrrad. Das wird so eine super Überraschung. Und es ist meine Chance, Barbie zu beweisen, was ich noch alles drauf habe. Hier ein spezielles Geburtstagsfrühstück für das Geburtstagskind. Das ist voll lieb von euch. Aber was ich mir wirklich zum Geburtstag wünsche ist... Oh, was ist das? Gern geschehen. Skipper, worauf wartest du? Du musst noch dekorieren. Oh. Ken hat sich nicht einmal beklagt. Backen kann manchmal so anstrengend sein. Wieso muss ich immer die schwersten Aufgaben abbekommen? Willst du wissen, was ich mir wirklich wünsche, Barbie? Ein Einhorn? Nein, nicht ganz. Vielleicht ein rosa Einhorn? Nein. Ich weiß es. Ein singendes rosa Einhorn, das dir jeden Wunsch erfüllt. Nein! Ken, was ist passiert? Hast du etwa schon wieder ein Krabbeltier im Haar? Was? Wieso? Siehst du etwa eins? Mach es weg! Mach es weg! Wie weit bist du mit dem Fahrrad? Ich bin fast fertig. Barbie, du schreibst genau auf, von wem das Geschenk ist und wie Chelsea reagiert hat. Skipper, du glättest das zerknüllte Geschenkpapier. Ach, komm schon. Juhu! Wo bleibt Ken nur? Mein Tag ist bis jetzt so toll. Ich hab ne leckere Torte, ne coole Deko. Alles wurde militärisch genau geplant. Aber... Was aber? Ich hätte gern... Ein Einhorn? Nein! Ein Fahrrad? Nein! Ich hätte gern ein... Ich weiß es. Du würdest gern ein super tolles Geburtstagslied hören. Nein! Was ich mir wirklich wünsche ist... ...einen Tennis spielenden Roboter. Was um alles in der Welt? Wo ist denn der Küchentisch hin? Hä? Wie soll ich ohne Fernseher Fernsehen gucken? Barbie, Menno, wie soll ich denn jetzt duschen? Ist etwa das Shampoo alle? Ich hab doch gestern erst ne große Familienpackung gekauft. Nein! Unsere Dusche ist verschwunden. Sie ist nicht da! Das heißt das Shampoo aber schon, ja? Der Fernseher ist weg! Und unser Sofa auch! Wir sind ausgeraubt worden! Mein Barbie-Sender sagt Notfall! Und zwar so intensiv, dass ich mal sagen würde, dir fehlt entweder ein Limonadenglasuntersetzer... ...oder... Das Dreamhouse ist ausgeraubt worden! Ähm, Chelsea? Was hast du mit meiner Schlafzimmereinrichtung vor? Welche? Die da? Ich wollte sie mir kurz ausborgen. Meine Freundin und ich bauen ein Spielhaus. Oh, wie süß! Was hältst du davon, wenn wir dir helfen würden? Das wär doch ne gute Idee! Aber, weißt du, ich... Barbie, ist das dein Ernst? Das ist doch nicht so nett aus. Weißt du, ich... Du hast ihn nicht so nett aus. Ich bouge dir. Also, sind wir gute Spielhausbauer oder nicht? Ja, wir sind der absolute Hammer. Das habt ihr wirklich gut gemacht, Leute. So, B für alle. Das meinen die doch nicht im Ernst, das soll ein Spielhaus sein? Sieht eher aus wie eine Hundehütte. Niemals würde ich in sowas schlafen. Ich hab Ansprüche. Wollen die mich veräppeln? Kommt, na los, Leute. Also, das nenn ich mal ein cooles Spielhaus. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Life in my dream house. Kommt rein, kommt das hier. Untertitelung des ZDF, 2020